Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part mit Super Mario Kart Ja, mehr brauche ich glaube nicht zu sagen, wir legen einfach gleich los Und fahren natürlich mit sofort mit Luigi Ich habe hier mal mehrere Erfahrungen ausgetestet Und ich fand der war bis jetzt am besten So Ja, gut Jetzt fangen wir hier Vierter Leute, wir sind schon Vierter Nee, der ist der Sechster Siebter, ach man Schwiererster sein Nicht Vierter und Sechster oder so Letzter Naja Fahren wir mal Es kann sein, dass... Das ist immer in diesem Part nämlich nicht so für die Rede Das liegt daran, dass man sich hier wirklich konzentrieren muss Ich vereinsche für jeden Spiel aber trotzdem Wenn ich das Spiel hier gut abgeschlossen habe So Leute, wir sind sogar erfolgreich Zweier geworden Nee, wieder dritter Naja, gut Das kriegen wir schon wieder hin Naja, gut, das kriegen wir schon wieder hin Naja, gut, zweiter ist auch nicht schlecht Gut Gut, nehmen wir erstmal eben den zweiten Platz in Kauf Aber schon mal sehr sehr gut Zweiter So Leute yez Ja 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 Mario-Boo so Yoshi, jetzt bin ich mal an erster Stelle hier nämlich nicht immer nur die der äh du als komischer Drache so, naja so, den hebe ich jetzt auf, falls jemand vor mir kommen will jetzt zum Beispiel noch nicht so, ey, zum Beispiel ist Moriwester und er wird sich immer schnell ändern ach, ja, teuer, ja genau, es wird sich immer schnell ändern ah, danke Bowser, danke, danke Bowser, das war nett da hab ich ihn wieder angestupst huu, da hab ich sie auch gesehen so das ist frisch Mario-Easter, das ist egal Hauptsache ich bin zweiter Mario-Easter bloß Yoshi darf nicht erster werden bloß Yoshi darf nicht erster werden oh du, ich bin erster Yoshi, der ist schon wieder knapp hinter mir, ey, das geht mir so auf und geht's Leute, hier muss man sich echt in Zorn halten, denn in die letzte Runde will ich mich noch schaffen Ja Leute, erster geworden, hu 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 hu, juh hu, das ist sehr gut Yeah, Peace, Peace zeigt Luigi, Peace, Peace Okay, oder? War das Peace? Mensch, ich kann mich ziemlich gar nicht mit dem Fingerzeichen aus, he, okay Gut Ich und Yoshi stehen gleich, doch, Luigi kommt vor Oh, jetzt müssen wir das hier auch noch gewinnen Das kann schwer werden, aber wir können es schaffen So Leute, drückt mir die Daumen Yoshi darf einfach nun mal nicht gewinnen Hey, wenn ich jetzt immer so weiter vorgekommen, hau das doch hin Hey, wenn ich jetzt immer so weiter vorgekommen, hau das doch hin Wie viele Runden sinds noch? Wie viele Runden sinds noch? Hä, die haben Yoshi so weit überholt Wir sind ja gut Luigi ist ein Superstar Luigi, der Superstar Okay Und ihr könnt mir auch gerne alle unten in die Kombi schreiben, als ich werde es mir holen Wer sich alles Luigis Menschen 2 holt Uhuh, für den 3DS Der soll ja Anfang nächstes Jahr rauskommen Ich denke mal so im ersten oder zweiten Quartal Ja Leute, wir haben's geschafft! Das gibt's nicht! Das war jetzt mal ein epischer Moment Geil! Und Luigi freut sich wieder Das nenne ich Respekt! Ja Leute Okay So Und da hätten wir 24 Punkte Geil! Jetzt müssen wir auch noch diesen Run gewinnen und dann haben wir alles wieder geschafft Nein! Das war ein Fehlstatter-Arsch! Ich hasse diesen Fehlstatter Sonst wär ich jetzt wieder hier erster bestimmt Naja Muss ich eben so überholen Den hält man mal auf Man weiß ja nie Wollen wir den mal gebrauchen könnten Ja und So Leute, wir sind jetzt auch am Yoshi dran Eigentlich könnte er sogar jetzt mit mir Aster werden Aber ich lass ihn nicht Aster sein Boah! Sag mal, ist das ja eine doofe Strecke! Was ist das für eine doofe Strecke, ey! Oh! Muss man ja richtig driften, ey! Leute, das ist ja hart! So Leute! Wie kann ich sagen, ich bin da selbst wir haben ja sie erfolgreich überholt der spuckt schon mit eiern und ist wütend er brüttet ganze neuer und spurt sie uns oder wirft sie Mann nein feine lebt ohne nennen das war knapp so leute achten komm das müssen wir schaffen könnten jetzt ersten platz schaffen Leon wir haben auch den ersten platz geschafft das ist ja das ist ja und das ist schon gut das ist nun der Kuh so was die Spitzel ist und es freigeschaltet die Uhr ist Uuuuuhuuhu So Leute, ja, ähm, meine Eltern sind mal wieder laut. Kann ich nicht verstehen. Okay, und wir sind in der letzten Final World. Ja, das soll ja etwas spannender klingen. Und der Yoshi kommt uns ja gleich wieder überholen. Ist mir aber ehrlich erstmal jetzt vollkommen wurscht. Okay, die Strecke ist ja... Naja, gut, ich will jetzt meine Teile nicht mehr schmecken. Wir kommen aber auch irgendwie aus Super Mario Kart. Joy wird bekannt vor. So, Mario, ich will dich noch sehen. Heiß war Super Mario Kart, aber... ...wür dich trotzdem nicht sehen. Nein, ich will sogar vor. Oh, Mensch, Luigi. Nächste, du mit deinem Fehler, Luigi. Das geht irgendwann zu weit. Ich bin nicht fünfter, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Leute, ich bin vierter, ich will wenigstens zweiter werden. Komm, wenigstens zweiter. Und mehr verlang ich gar nicht. Mehr verlang ich gar nicht. Nehm ich noch Mario zu überholen. Mann, hau ab, Koopa. Oh Mann, dieser dumme Koopa. Na toll. Jetzt bin ich sechster. Ach nee, Leute. Ach nee. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich... Nee, Yoshi ist erst da. Hau ab, du scheiß Torwart. Ey, ne Leute. Dieser Part ist halt bescheuert. Oder? Ja, ich muss Ready machen. Na ja, Leute. Kann man wohl nicht ändern. Ready. Okay. So. Es ist soweit. Finale wieder. So, ist der Scheiss Koopa da. Der kriegt jetzt noch einen. Bei dem Bleed. Splinswell. Naja, Leute. Das schaffen wir schon. Keine Angst. Wir müssen bloß gut lenken. Denn wenn wir falsch lenken. Dann passiert was nicht gut ist. Wir haben verloren. Wenigstens so, dass ich dritter oder zweiter werde. So wie jetzt. Oder eben zweiter. Mal vor Mario. Und das in der final round. So. Jetzt bin ich zweiter. Aster, naja, wäre schön. Muss aber nicht sein. Obwohl, doch. Es muss endlich sein, oder? Weil er steht trotzdem noch nahe. Aber Koopa. Du, da muss hin, da, alter. Ich will keine. So. 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 Okay, die final round. Found. Na gut, okay leut. Wir sind zweiter geworden. Es hat ja nicht wirklich nicht für den ersten Platz gereicht. Aber ich hoffe, jetzt sind wir überhaupt insgesamt an erster Platz. An erster Stelle So, okay, yo, 18 Sekunden besser, ja, wir haben gewonnen, Leute, wir haben episch, geil, gewonnen nicht, der Partys completely, Zubi, das freut mich, ja, Leute, Lichi, Bam, dann, sss, hu, Luigi Mixed, O.K., Congratulation, Nr.1, und dort Schller-Marschirm-Race, Luigi Wins the Gold Great Race, O.K., Zubi, das freut mich, ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächstern und kommt wieder das nächste nächste Porte zu finden kommt natürlich wieder nach Nächsten Benchur-Kazuri-Port und ja ähm der nächste Kirby-Part müsste dann auch kommen das müsste aber eigentlich schon einer der letzten sein ich glaube es müssten nur 3 4 oder 5 sein von Kirby und dann ist das Let's Play Projekt beendet gut wie ok Leute das wollte ich euch noch sagen und ja vielen Dank auch für die ganzen Teilnahme die ihr schon gemacht habt an den NW-60 Gewinnspiel und ja gut dann bis zum nächsten Port, ciao Leute